Wir vernetzen derzeit knapp über drei Milliarden Menschen und das ist überall bekannt. Es hat sich überall durchgesetzt und das ist im Prinzip die Leistung von Post. Es ist Sommer, Freunde, liebe Fans, ich bin wieder da. Hallo, Prometheus. Ja, hi Prometheus. Viele sehen Prometheus als einen echten Aussteiger, der autark lebt. Er wäre wertlos. Wer bringt Geld ein? Weil er ja sich völlig jedem Konsum verweigert. Fehler melden. Das ist Scoring. Das ist auch ein wichtiger Teil des Scoring-Berts, einfach wie vernetzt bin ich. Wir sind das Produkt. Und wir machen ein bisschen Geld. Wir beherrschen im Grunde genommen das Netz. Und das müssen wir alle akzeptieren. Und wir machen das für ein Schritt. Und da müsst ihr auch noch skalbärche. Und das ist das Stück Nummer 3. Ja.